Daige Hau, ich bin Dem Sam und ich mache eine Working Holiday in Hongkong. Gerade bin ich im Bus auf dem Weg nach Repulse Bay, um mir den Strand kurz anzusehen. Denn da befindet sich auch in der Nähe das Dog Shelter Post United, wo ich heute ehrenamtlich mithelfen werde. Und was ich alles heute erleben werde, erfahrt ihr in diesem Vlog. Und damit viel Spaß. Und damit viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020